Schlechter Empfang Eddie und Oskar sind in Oskars Wohnung. Sie sehen sich ein Fußballspiel im Fernsehen an. Eddie und Oskar Ja, super. Eddie und Oskar Hast du das Tor gesehen? Nein, Eddie, du wolltest nur kurz bei mir nachsehen, welche Mannschaft führt. Und jetzt bist du schon seit einer Stunde hier. Ja, freust du dich nicht? Ich bin ziemlich müde, Eddie. Vielleicht hilft eine Pizza. Nein, es ist zu spät für Pizza. Keine Sorge, ich kenne eine tolle Pizzeria, die bis Mitternacht geöffnet ist. Oh, ich habe keinen Empfang. Hat dein Handy Empfang? Oh, ich habe keinen Empfang. Oskar sieht auf sein Handy. Er hat perfekten Empfang. Nein, tut mir leid. Geh mal zur Tür, vielleicht ist der Empfang dort besser. Eddie geht zur Tür. Immer noch nicht besser. Versuch es mal draußen vor der Wohnung. Du meinst, ich soll ins Treppenhaus gehen? Ja, der Empfang ist dort sehr gut. Eddie öffnet. Eddie öffnet die Tür und geht aus der Wohnung. Der Empfang im Treppenhaus ist wirklich sehr gut. Oskar läuft zur Tür, macht sie schnell zu und schließt ab. Endlich Ruhe. Oskars Handy klingelt. Oskar geht ran. Es ist Eddie, der ihn aus dem Treppenhaus anruft. Oskar, deine Tür ist abgeschlossen. Kannst du mich reinlassen? Tut mir leid, ich kann dich ganz schlecht hören. Der Empfang ist hier so schlecht. Also ist das Die Tür. Men Insp Simply, die mir so guttant so gut verän reULLen. Dann wird die Türs. Institute verbat dir. Also wird die Tür sayesam говорил. Ok Gott! approximatebeendeitä qualcosa! Telle Instrumfeld. und immersion – 접 Associations Cameratepodcast. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020